Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem ruhigen Anfang mit einem Musikwechsel meinerseits. Und wir beginnen in einer dunklen Nacht der Nächte, wie es so schön heißt. Und einer ganz sanften Musik, die sich eventuell zu einer großen verbreiten oder erweitern könnte. Und das dann nicht so dolle. Oh. Das ist ja Clear Vision von Beschissensten. Ah, okay. Ich war fast ein bisschen leiser hier. Na gut, ich kann mal immer 100% hier bei meinem Bildschirm. Ist ja nicht so schlimm. Lalalalalala. Ich sing immer. Ich bin. Wieso? Wieso? Denk ich mir nur. Wieso? Warum? Aber hey, wir sind ja alle, wir sind ja hier ein bisschen unter uns. Und ich denke, da geht so ein Kackstoß von mir ausgesehen schon ein bisschen ins Standardrepertoire. Wir sind ja nicht hier auf einen großen Konzern angewiesen, der mich hier jetzt irgendwie unterstützt und sagt, Hey, du musst das und das präsentieren, um hier irgendwas Erfolg zu haben. Ich bin mein eigener Herr auf meinem Kanal und ich darf für den Kack produzieren, den ich mag und möchte. So rum geht's ja. Und die Steine, die flogen aus einer anderen Welt nur zu mir und sangen einander an. Steine können einander an singen, aber Menschen können einander an singen. Und das ist doch was anderes, wenn man mit, wie viel mal, oder sag mal, heutzutage sind alle mit Kopfhörer unterwegs und in zum Beispiel in der Bahn oder so und sind in sturer Miene oder morgen, wenn sie mal zur Arbeit pendeln, die ganze Zeit. Und das ist ja, es ist ja kein Ding, die ganze Zeit mit... Also, naja, und Sozialhilfe, man kann ja mal aufeinander zugehen oder miteinander sprechen. immer alleine sein irgendwie abgekapselt von einem anderen welt man hört ja gar nichts mehr da weil es wie in einer anderen welt man Kopfhörer in ihr Kopfhörer war so dass sehr viele Kopfhörer die nach außen man noch sachen hört draußen also von von draußen nicht im Ohr drin sondern außen also um die umgebungsgebung sind voll wo wir sind voll geile Sache dann die umgebungsgeräusche nicht mehr und das finde ich schon ein bisschen schade denn die kommunikationsfähigkeit und der menschen untereinander ist dann sozusagen gekappt natürlich sagen sie einen oder anderen hey ich will Musik hören und so na klar kannst du sagen aber irgendwann muss sie eigentlich stehen mit wem habe ich eigentlich schon fack gehabt mit wem habe ich angesprochen und irgendwann mal bist du alt und hast jemand mehr muss einfach weggestorben das kann ich auch sein das kann ich auch sein wenn du so alt schon bist dass deine eigentlichen kollegen schon mal abgekratzt sind und nicht mehr existieren das ist ja nun was anderes aber da muss man auch zurecht kommen liegen wenn man alleine sein leben bestreitet muss man auch mit die konsequenzen nehmen kann in einsamen stunden auch mal alleine ist und damit auch klar kommen muss und wenn man so ja den mensch an den menschen an sich so anschaut ist ja von grund auf eigentlich ein herden tier man das so nennen darf der heutigen zeit muss mir auf 8 geben der mensch ist ein herden tier zusammen aber gleichzeitig auch dafür sich sehr wohl unter mehreren leuten also der mensch fühlt sich unter mehreren menschen sehr wohl aber gleichzeitig ist der mensch auch so ein ego typ also will alles für sich alleine haben und das ist ja schon widerspruch in sie selbst der mensch ist ein herdentier aber ist sozusagen keine ego also naja irgendwas ist dann wenn sie da falsch gelaufen oder wir sind da völlig falsch geschickt oder die genmanipulation hat uns so weit getrieben dass wir andere forschungen begehen die uns gar nichts mehr angehen aber das ist doch wieder ein anderes problem müssen uns wieder unser lager kümmern das haben wir schon lange nicht mehr besucht oder wir haben vergessen so rum wenn ich mal ja zu unser Palut so rum steine aufgesammelt so es gibt klar voran meine freund also wir sind es hat sich mehr getan als vorhin denn vorhin war nichts da und jetzt ist was da naja jetzt ist ein loch da sind zwei große und weniger großes loch sind da die füllen sind echt noch extrem aber hey das tut mir leid das tut mir echt leid ich kann da nichts nach mir ich kann da nichts nach mir hey schon der morgen geile Kacke hey gut jetzt geh mal so wieder tatenfreude in frische nein hey machen wir nicht langsam weil ich schon bin nun rein in die Bude und hoch oh das Licht das Licht so hier haben wir noch genau hier haben wir noch zwei Blöcke und nun geht es weiter in der Passage ja meine Freunde wir bauen hier alles auf ich denke wir machen hier so eine Art ein bisschen eine größere Bibliothek in der Art also damit sie dann irgendwie Wenden verzaubern haben und einfach eine riesen Bibliothek irgendwie in einer Art oben wünschen damit wir dann eventuell ja was haben und irgendwie wisst ihr was geil wäre im Haus im 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 Haus hier oh das war der Timer genau also jetzt noch diese Folge senden und dann muss ich nach oben gehen den Kuchen beaufsichtigen ja also hier irgendwie eine Baumschule rein zu zaubern Bäumen drin im innen das wäre schon eine Hausnummer muss man wirklich sagen das ist wirklich eine geile Hausnummer aber ob wir das so umsetzen können das steht leider noch in den Stern geschrieben ob es sowieso ich bin wieder unsicher die gesamte auch zwei da geht noch 1 2 das ist die gesamte hier wir uns ei halten sollen und da oben ist noch oh jetzt können wir abbauen oder was oh schade na gut dann eben nicht das heißt rum und wir werden hier einsam und einselig verfaulen und uns die Augen aus reiben oder wenden oder was auch immer hey komm mal slow down baby ja ach das ist die Musik ich dachte schon hier meine Güte hier also nächste Schaufel nächste Spitzsacke das ist nicht voll zaubernde Weise hier einfach nur den Stuss zu machen ok jetzt haben wir hier noch ein dreimal zweier blocken das kriegen wir hin das kriegen wir auf jeden Fall hin 3 6 1 2 3 4 5 und 6 noch einmal 6 das geht hier schon an die Grenzen der Möglichkeiten hier hier muss ich sagen also mit dem aushöhlen her man hat hier wirklich seine sagen es ist zwar eine langweilige Arbeit aber wenn man so als net also ich würde das hier niemals als Einzelspieler-Modi machen hier jetzt wirklich mal ich finde es aber interessant wenn man ein Let's Play macht und darüber quatschen das ist eher gesagt im Hintergrund man hat die Hintergrundmusik die man in den Hintergrund packt man hat das Spiel das man theoretisch spielt aber hier in dem Sinne auch eher im Hintergrund ist denn das Sprechen an sich ist ja eher im Vordergrund und somit ja ist das eher eigentlich so zu sagen eher passiv passiv Spiel ja hallo 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 hey also jetzt muss wirklich sorry langsam bin ich äh relativ müde ich bin heute um das ist ja jetzt 22 Uhr also 10 Uhr abends und ich bin heute um 5 Uhr äh 05 aufgestanden also einen langen Tag habe ich schon hinter mir und das wird eventuell noch ein längerer das ist aber mit Bekanntheitsgraden gesichert ja morgen eventuell auch am Angebotstag kann schon mal das ein oder andere passieren da wird man sich sicherlich dran erinnern oder nicht mehr das weiß ich heute noch nicht aber mit Sicherheit weiß ich weiß ich dass ich es nicht weiß so rum ah verwirklich in die ganze Sache hier ja und irgendwann kommt ja auch noch Anno raus das ist Anno 22 05 das kommt dann eventuell mit dieser Folge ich weiß ich was mit dieser Folge dann gleich dass ich raus kommen wird oder ob dann irgendwie drei Folgen am Tag kommen der Book of Anwesend Tales will ich ja noch fertig spielen die zwei Kapitel die ich noch vor mir habe denn am 19. kommt ja Assassin's Creed Unity raus das heißt in knapp zweieinhalb Wochen und bis dahin möchte ich eigentlich mit der Book of Anwesend Tales fertig sein damit ich dann Assassin's Creed Syndicate und Anno 22 05 spielen kann ob es so auf geht in meiner Taktik das weiß ich eher gesagt noch nicht man da mehr braucht als die 14 Parts das ist wirklich noch in den Stern geschrieben so wie weit müssen wir da noch buddeln hier das gibt mich eher gesagt noch Wunder wie weit wollen wir hier gehen so weit so weit so weit oh ah stimmt ja jetzt kommen wir ja die Lavasäulen zum Einsatz was für geile Teil ein Baby let's go do this das ist auch schon ein Spruch oder generell solche Sprüche sind ja abartig eigentlich ich finde das von einem Mann also jetzt nicht ich bekomme das aber wenn ich jetzt mal eine Frau wäre hypothetisch gesehen hat ja jeder Mann eine weinliche Seite und jede Frau eine männliche Seite aber wenn ich jetzt mal eine Frau wäre und von einem Mann so angemacht würde also dann würde ich schon sagen hey spinzeltöten weil irgendwas gesoffen geraucht genommen also ich würde mich so nicht ansprechen lassen ich weiß nicht ob das andere irgendwie das anziehen finden aber ich als Mann wenn ich auch von einer Frau angesprochen werden würde was ich ja so nicht äh ja werde sondern eher gesagt zivilisierter Todlage dann naja dann kommt man schon auf andere Themen als das ist es ist geil dass wir hier Wasser haben wirklich es ist geil dass wir hier Wasser dass wir dort ein Wasser haben dann tun wir uns dem Popo nicht so weh schau heute weiter geht die Zuhause raus wir sind ja gut am Damm hier da haben wir schon uh uh da haben wir schon ein Loch ein Loch ein Loch aber wir tun uns nichts zur Sache hier wir bauen einfach ruhig weiter das braucht es ja denn jemand muss ja immer die Drecksarbeit machen und meistens bin ja ich das aber das vermittelt ja niemand ich das immer machen muss da komme ich hin hier will aufnehmen und dann zack da ist es mach Arbeit na gut das ist ein bisschen ungünstig hier also für mich zu sagen ich muss immer ich bin immer der Leid tragen ich bin der Arschgeiger hier ich bin schon warte mal äh 5 äh 17 12 Stunden mit euch mit heute schon wieder 18 Stunden wach das ist ja fast enorm 18 Stunden na tolle Wurst aber hey wir wissen ja wir haben's und ihr habt's und ich denke meine Auszeit gönnen wir uns beiden denn wir sind schon wieder fertig mit der Folge wir sehen uns tschüss haut rein